Ich will jetzt keinen Diamanten holen, bevor ich nicht die Mission erledigt habe, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie nicht überlebe, ist groß. Was? Ich muss da runter! Leck mich doch. Eins, zwei... Ja, und wie komme ich da überhaupt hin? Wie soll das gehen? Da ist ja nichts. Ist ja mitten im Meer. Ja, ich glaube nicht, dass es geht. Ich sag's ja ganz ehrlich. Ah! Ah, er hat meinen Gesundheitspunkt gestohlen. Da sind auch mehr natürlich. Gibt's eigentlich freundliche Afrikaner auch hier? Der will mich um... Gehen. Flankieren. Wie das so schön heißt. Ja, siehst du? Verflankos! Da hat sich's ausgeflankiert. Ich glaube, das ist irgendwie noch zu schwer. Wow, die Sonne brennt. Die Versur hält. Ich brauche da eine Knarre. Ich brauche da eine Knarre. Vielleicht haben die Wasser. Das ist auch so ein Vehikel. Mal schauen, ob meins eigentlich auch einen Rauchfang hat. Ne. Ah ja, doch. Ich sehe dasselbe. Das wäre halt schön, wenn ich hier speichern könnte. Undertaker. Oh, zum Totenbeschauer will ich nicht. Da ist ein Wasser. Ideal für einen Balken. Das ist ein Wachposten. Ey, du Arsch. Hat mich der nicht gesehen oder ist der freundlich? Ey. Nein, der war nicht freundlich. Geil. Du hast da was verloren. Hat er ein Ecke legt. War der vielleicht doof? Oh. Die Sonne brennt. Noch immer. Ja, da kann ich nicht speichern. Das ist blöd. Es wäre schon geil, wenn ich speichern könnte. Das würde die Sache stark vereinfachen. Aber nein. Immer nicht vergönnt. Ich muss es bis dahin schaffen. Oder kann ich eigentlich... Oh. Blödsinn. Ich glaube, ich kann ja eh zwischendurch auch speichern. Bin ich doof. Dass ich das gewusst hätte. Ich meine, ich weiß es noch nicht. Ich habe es noch nie probiert. Immer nur an diesem blauen Dingens. Da ist schon wieder ein Haus. Speichern. Frank berüchtigt. Immer das. Ja, es geht. Okay. Gott sei Dank. Hätte mir da beinahe etwas aufgehalst. Zusätzlichen Schwierigkeitsgrad. Mehr oder weniger. So, das ist die Bushaltestelle. Genau. Sind Sie sicher? Ne, will ich nicht. Zu welchem Ort? Dem Grünen? Da bin ich. Oder wie? Ja. Und ich muss da hin. Ins Meer. Ich habe doch meinen Schnorchel nicht dabei. Da ist gar keiner. Ah, ein Diamant. Da brauche ich gar kein GPS dafür. Ja, Freunde. Ich muss euch vorwarnen. Wenn das so ist, muss ich öfter speichern in Zukunft. Ich werde wahrscheinlich öfter speichern. Nehme ich gleich jetzt. Jetzt habe ich nämlich einen Diamanten gefunden. Immer wenn ich was entscheidendes mache, wie zum Beispiel hier aufs Scheißhaus gehen und so, dann werde ich speichern. Was steht denn da eigentlich? Bringt das Wasser zu ihrem Zuhause vor das Haus für das Wasserkloset. Ja, ist wichtig. Gut gespült. Ist halb gewonnen. Ja, ich habe mich verfahren. Ich muss in die andere Richtung. Da. Genau da lang. Obwohl. Au! Das kommt davon. Jetzt habe ich nicht die Straße geschaut. Die Straße ist gut, aber gut. So, ich nehme hier den Querfeld-Einweg. Da oben ist wer? Ist das ja ernst? Ist da oben da ernst? Ein Zelt? Vielleicht ist das so eine Basisstation wieder. Ein Safehouse. Ich weiß nicht, sind die alle feindlich, oder wie? Hey! Ne, der ist nicht feindlich. Na, doch! Ich weiß nicht, ich bin vor ihm gestanden. Und das am höchsten Schwierkeitsgrad. Also, ich kann nichts dafür, Freunde. Mein Fehler ist es nicht, dass die so doof sind. Aber gut, Unterschlumpf ist Unterschlumpf. Vielleicht kann da wieder einer meiner Freunde einziehen. Mein Zweitbester. Der darf ja noch nirgends wohnen. Aber da ist kein blauer... Kein blauer Kasten zum Speichern. Ich meine, ich brauche eh keinen. Ich kann ihn jederzeit speichern, aber... Gut. Vielleicht für die Konsolen-Fassung. Die kennen vielleicht nicht. Wenn sie wollen. Dürfen. Müssen. Ich muss... Da runter. Okay, dann nehmen wir schon noch das Fahrzeug, glaube ich. Ist anzuraten. Bist ja schlecht gefahren. Wie gut gegangen. Das ist sehr verwirrend, ich sag's euch. Sehr verwirrend. Wie verwirrend es ist, sieht man, dass ich in die völlig falsche Richtung gefahren bin. Gefahren wäre. Das ist ja gar kein Wasser, oder? Schau, ich dachte, das ist ein Meer. Dabei ist das ausgetrocknet. Es sah nur so aus auf der Karte. Das ist eine Oase. Oh, alles verdörrt. Vielleicht finde ich ein paar Dörtswetschgen. Na ja, das hat sich nicht wirklich ausgezahlt, dass ich hier... Au! Moskito. Auf Moskitos bin ich nicht gut zu sprechen. Wow, die Grafik. Die haben ja schon einmal die Malaria beschert. Das war eine schöne Bescherung. Was ist denn das? Ah, jetzt habe ich geglaubt, ein... ...ein Vieh, aber es gibt ja hier keine Viecher. Ah, da schaut es wieder ein bisschen weiter aus. Aber nur ein bisschen. Die Oasis. Wenn ich mich jetzt anpinkele... ...dann könnte man sagen... Oh, Nasis! Gott sei Dank, habe ich ihn erwischt, bevor er sich in die Deckung flüchten konnte. Würdest du bitte stehenbleiben, während ich auf dich schieße? Das macht das Ganze unnötig schwer. Au! Mit der Schrotflinte... ...drei Meter auf mich gezielt und nicht getroffen. Muss er auch mal schaffen. Sniper wäre jetzt ideal. Irgendwas mit... ...einem Visier. Die sind schon schlauer, muss man sagen. Ich habe überhaupt keine Munition mehr für nix. Zwölf Schuss. Die müssen jetzt alle sitzen. Sorry, aber die kann ich hier von der Entfernung nicht... ...angehen. Aha, das ist gut. Wenn sie das sagen. Hat der ein Scharfschützengewehr? Ja, hat er. Äh... Bitte. Nein! Das will ich. Oh Gott. Was? Kein Schuss mehr. Ey, da lebt der noch. Oh, jetzt habe ich daneben geschossen. Ich renne Vieh. Was ist blöd. Ins Bein. Bist ihr die Kniescheibe weg? Das wird nix. Brauche wieder meine alte. Ich wechsle immer irrtümlich zwischen... ...Handgranate und Molotow. Ich sollte eher auf den Kopf zielen. Ich weiß, aber... ...ist nicht so leicht, wie es aussieht. Wenn er läuft. Müsst ihr wissen. Ich würde halt gerne... ...es Scharfschützengewehr nehmen. Wenn es erlaubt ist. Das Blöde ist... ...ich muss dafür meine... ...drücke ich schon wieder in Falschen. Ich muss dafür meine... ...Sturmkanone. Bäh. Das ist irgendwie doof. Habe ich jetzt noch was? Ja. Nee. Scheiße. Nachladen. Ja, womit? Da vorne ist ein Munitionsdepot. Sehr gut. Das habe ich gar nicht gesehen. Huhu. Schauen wir mal, ob es für... ...die auch gereicht hat. Ja. Es wäre halt nett, wenn ich das noch ein bisschen weiter aufrüsten könnte. Möge das Wettrüsten beginnen. Brauche ich eigentlich... ...ah, kann ich schaden. Da lesen wir mich mal. Medizin. Ethyl, Alkohol und... ...Verbandszeug. Und Bar Parisa für den Notfall. Da ist eine Mine. Gott, ist das vermint oder kann ich die nehmen? Das ist nur so. Deco. Ja, ihr wisst, speichern natürlich. Muss ich jetzt schon, weil... ...das war doch eine Errungenschaft. Die ziemliche. Das ist der Sender? Was muss ich jetzt machen? Zerstören. Nur, oder? Drauf schießen. Oder wie? Nehme ich aber... ...das da. Ah. So geht's auch. Au! Shit! Ich dachte... ...ja, ja. Oh je. Beziehung verschlechtert. Ah. Ja, der andere war zu schwer für mich. Aber du verstehst. Hm. Ja, das habe ich befürchtet. Scheiße. Hm. Und ich hatte schon Pläne. Mit unserer Beziehung. Kinder adoptieren und so. Nein. Daraus wird nichts. Die Frage ist natürlich... ...wie komme ich da wieder raus aus dem Schlamassel. Ich bin in der Oasis. Onassis. Da geht's zur Bushaltestelle. Er war sehr kurz angebunden. Das deutet wirklich auf eine schlechte Stimmung hin. Scheiße. Vielleicht kann ich es wieder gut machen. Ich werde ihm was Schönes kochen zu Hause. Oh Gott. Jetzt rede ich schon wie eine Tonte. Gott des Willen. Naja, ich will sie mir nicht verscherzen. Er scheint ja... ...einen Narn gefressen zu haben an mir. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin muss. Oder hin soll, besser gesagt. Zum Max Bar. Oh. So nicht. Immer den Auftrag. Ich werde den Josip vielleicht ein bisschen bemühen. War ich da schon? Ne, das ist auch ein Camp. Das werde ich gleich einnehmen. Das ist da der blaue Punkt. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber die kann ich ja von der Entfernung abknallen. Ich habe jetzt ein Scharfschützengewehr. Hermann quer. Sie mit die Ski. Das ist vielleicht blöd. Ganz ohne Deckung, oder? Das war aber ein Kopfschuss. Der steht nicht mehr auf. Wehe. Ah, nachladen. Das sind ein Entschüsser. Das waren sicher nicht alle. Genau, da ist er schon. Ich vergesse ich immer nachladen. Ich dachte, ich habe wenigstens zwei Schuss. Habe ich aber nicht. Er war schlauen. Hat das Weite gesucht. Und gefunden. So aussieht. Au! Wo ist er denn hin? Ich sehe nicht. Oh, scheiße. Wow, der war schlauer, als ich dachte. Gut, dass ich gespeichert habe, Mann.